Hey Mini, was ist eigentlich der Zahlungsschutz-Ratenschutzversicherung? Wenn im Leben einmal nicht die Sonne scheint, hält die Mini-Ratenschutzversicherung eine schützende Hand über Sie. Sie wird einfach über Ihren Finanzierungsvertrag mitfinanziert. Und sollte Ihnen Ihre Gesundheit oder Ihre Arbeitssituation tatsächlich mal einen unerwarteten Strich durch die Rechnung machen, übernimmt die Mini-Ratenschutzversicherung Ihre Finanzierungsraten. Dabei können Sie zwischen zwei Absicherungsmodellen wählen. Modell 1 schützt Sie bei Arbeitsunfähigkeit oder im Todesfall. Modell 2 zusätzlich bei unverschuldeter Arbeitslosigkeit oder schwerer Krankheit. Der Versicherungsschutz ist auch für gewerbliche Finanzierungen möglich. Einfach den Unternehmer oder auch den Fahrer des Fahrzeugs versichern. Ob privat oder gewerblich finanziert. Mit der Mini-Ratenschutzversicherung sind Sie auf alle Höhen und Tiefen immer bestens vorbereitet. Die Mini-Ratenschutzversicherung. Besser, man hat sie. 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 Die Mini-Ratenschutzversicherung. Besser, man hat sie.